Nein, zu wenig Power, fuck. Hello. Well, hello there. Komm, komm. Nice is hole in one. Ich bin der Best. Oh, come on, come on, come on. Okay, zwei. Cool. Was war du auch, oder was? Nee, leider nicht. Fuck you. Ja, direkt abgehoben, direkt nach der höchsten Wolke. What? Habe ich gerade meine Kamera ausgemacht? Wait, what? Ja, achso. Wie habe ich denn das denn gekriegt? Ah, okay, alles klar. Schade. Let's go, let's go, let's go. Nein. Ich habe gerade alles ausgemacht. Wie habe ich das hingekriegt? Wo habe ich denn gerade hingeklickt, Alter? Okay, bin wieder da. Was? Oh. Klapp. Ich habe zu spät gecheckt, was da noch los ist. Ich habe einfach nur losgeballert. Ach, du hast den Chat hinzugekriegt. Ja. Cool. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich habe es jetzt für mich so eingestellt, dass die Nachrichten nachherzeit wieder verschwinden. Natürlich, dann kann ich das auf Vollscreen machen. Achso, man hängt wahrscheinlich so an der, rechts an der Wand. Gar keinen Bock. Yay. Äh. Äh, okay. Okay, gut. What the... Ach, man wird nach oben gezogen. Oh, okay. Das ist eine Röhre. Die nehme ich. Oh, die sehe ich jetzt. Die nehme ich auch. Hätte ich mal die Fresse gehalten, war. Was ist das bitte für eine Map? Ich habe keine Ahnung, Alter. Die hat... Vulkan heißt die. Also, das gesamte Team. Okay. Die habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen bei Golfit. Oder Golfit Friends. Welches Golfspiel war es eigentlich das, wo du wirklich mit der Maus schlagen musst? Also, wo du mit der Maus quasi den Schläger steuerst? Ich glaube Golfit. Was ist gerade passiert? Ach, diese... Ach, man kann danach noch... Oh, mein Gott. Mit Linksklick kannst du dann dein Jetpack steuern. Seht ihr den Berg der Links? Meinst du, man kann daran abprallen? Du kannst... Du hast ein Jetpack, wenn du durch das Reicht gehst. Okay, und wie macht man den? Mit Linksklick kannst du dann den Jetpack aktivieren. Oh, nein. Also, du musst einmal durch das Tor vorne und dann, sobald du Linksklick drückst, hast du ein Jetpack. Genau. Okay. Komm ich denn da jetzt rein, Alter? I. Hä? Ja, ist wirklich. Hello? Oh Gott, das war ja krass. Nein! Oh. Oh, fuck. Die Musik ist tatsächlich aus dem Spiel. Die ist tatsächlich aus dem Game. Ich habe keine Musik angemacht. Die ist einfach so. Ey, wir können ja tatsächlich auch sagen, wenn einer von euch auch Golfit Friends hat, kann er ja die nächste Runde mitspielen. Ja, voll. Ey, ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr das Spiel auch habt. Äh. Müsst ihr nur Bescheid sagen und dann... Ich weiß nicht, entweder ihr habt Skunk in der Freundesliste oder mich. Oh. What the fuck? Hä? Und dann könnt ihr gerne mitmachen. Okay, tschüss? Was ist... Was ist gerade passiert? Oh ja, die Musik ist tatsächlich echt cool. Oh, what? Was ist passiert hier? Oh, bogey, Alter, ich schmeiße. Oh Gott. Wissen wie ein Patzer. Oh, das war bitter. Oh mein Gott, das war so schlecht. Das war gerade richtig schlecht. Alter, du hast den nachher mit dem ersten Schlag gemacht, Thomas? War es nicht schlecht. Ja, Mann. Ich weiß auch nicht, wie. Äh. Volle Kanone, würde ich mal sagen, oder? Ah, okay. Nein. Nicht so smart. Geht so. Komm schon, ein Stückchen noch. Ja, ja, ich bin abgeprallt. An der Kante. Nice. Nein, ich wurde weggeboxt, Alter. Yes. Leider nicht. Falls ihr Cs go, mal gucken. Das Ding ist, wir haben gestern versucht, Matchmaking zu spielen. Ich bin zu kacke, um mit den beiden zu zocken. Ja, wenn wir zu 15 sind, funktioniert das aber. Oh. Okay. Oh Gott, wohin, Alter? Sobald du fünf Leute bist, kannst du... Ah, da. ... sollte das gehen. Hier, ich schreibe mal das Profil ins Team. Und dann, ja, bald wegen was spielen, dann kann ich euch hinzufügen. Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung, Alter. Okay, wow. Was ist denn das für eine Maps? Ich komme da nicht rein. Okay, ich gehe erst. Ich gehe erst, ich gehe erst, ich gehe. Ah, ich habe es so verkackt. Und zum Teufel. Hi. Hi, yo. Ich will dich zuerst schlagen. Ja, habe ich mir fast... Oh, ich habe es auch verkackt. Oh, hey, Platzer. Hi, yo. Du kleine... Du kleine Foot, Alter. Nice. Oh, Mann. Sieben Schläge, ey. Ich habe es so verkackt gerade. Okay. Okay. Komm mal rein da, ne? Oder auch nicht. Oh, doch. Was ist denn ein Zwiebelrissbraten? Oh, what the fuck? Okay, nochmal so. Oh Gott, das wird zu läschen. Ich komme nicht hoch. Komm nach links, nach links, nach links. Das Problem am alten Männer immer, ne? Nein, die kriegen keinen hoch. Nein. Oh, hey, Platzer. Was geht? Yay. Hey, yo, Alter. Wo ist Thomas? Er ist ganz hinten noch irgendwo. Oh Gott. Oh Gott. Er trifft es noch nicht, ey. Er hat so verkackt die Runde. Ja, meine Kamera hat so 10 Frames, ey. Äh. Ja, tschüss. Ach, Zwiebelrissbraten. Let's go. Das ist geil. Zwiebelrissbraten ist killer. Okay. Äh, wo lang? Oh, scheinbar einfach die Treppen runter. Das ist korrekt. Ja, jit. Aber. Muss ich doch irgendwie einen Trick geben, oder? Ich bin jetzt die ganze Zeit aber abgeprallt, oder so. Alles gut. Yay. Oh, oh, oh. Yes. Do it. Nice. Birdie. Birdie. Fuck. Oh, tschüss. Oh, dich schauke, wa? Wo fang ich jetzt wieder an? Ah, okay. Ey, die Maps haben mit Minigäufen aber auch nichts mehr zu tun, doch. Meinst du vielleicht das Spiel generell? Ey, die ersten Maps waren ja ganz in Ordnung. Äh, ich find das schon ganz geil. Oh, Gott. Okay. Ich wette, es ist genau die Stärke. Ich mach ein bisschen mehr. Ich hatte Unrecht. Oh, da ist ein Portal. Wo fühlt mich das hin? Oh, hi. Du, Bitch. Entschuldigen Sie bitte. Oh, nein. Jetzt bin ich gerade noch komplett rübergeflogen. Ah. Ich, ich lieg im Aus. Oh, das wird so furchtbar. Das wird so furchtbar. Oh, Gott, Alter. Oh, ein grünes Portal. Nein. Oh, mein Gott. Ich kotze. Well, hello there. Fuck you. Zählt das jetzt? Für dich als Schlag nicht. Für mich schon. Ey. Wow. Hab ich dich gerade rangehen? Nein, hast du nicht. Fuck you. Fuck. Okay, ich bin drin. Thomas, die Katze. Arara. Fuck, ey. No. Oh, Mann. Ein wenig Dollar. Je. Nein. Oh, Mann. Ja. Ja. Nur sechs Schläge. Sieben. Sechs. Der. Das wird noch knapp, ey. Ja. Ah, okay, cool. Das heißt, ich Jita einfach dahin. Äh. Oh, man hat gar nicht so viel Treibstoff. Ah. Jetzt mal sagen YOLO, oder? Ah, das funktioniert. Bin ich denn jetzt hier in einem Loch gelandet? What? Nein. Slow but steady. Welches Golf is besser? Golf with your friends or Golf with? Ich hab Golf with nie gespielt, aber ich glaube, Golf with sieht cooler aus, tatsächlich. Ich finde, Golf with friends hat immer so verrückte Scheiße, so wie das jetzt hier, so mit Teleportern und Jetpacks und so. Aber ich glaube, das ist echt Ansichtssache. Ja, da war ich auch drin. Wo bin ich denn jetzt? In irgendeiner scheiß Coole hier. Ja. Ah! Okay. Oh, back to the next. Nein, nein, nein. Okay. Ah. Ah. Und. Ja, 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 ja. Was passt eigentlich? Ich bin ganz hinten, Alter. Okay, cool. Oh, wow. Oh, wow. Oh, ganz hinten nicht? Er ist jetzt auch da. Ja, aber ich hab schon zehn Schläge, Mann. Oh, Gott. Ich hab sieben. Oh, Mann. Elf. Ich weiß nicht, wie viele ich hatte. Ich glaub drei oder vier. Elf Schläge hab ich gebraucht, ja. Alter. Aber ist noch alles drin. Es muss nur eine Map kommen, die Thomas komplett verkackt. Ah, okay. Ich hielt erstmal hier so nach vorne. Oh, da, okay. What?! Ich wollte gerade schießen, du Wichser. Oh, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever war. Wo bin ich denn jetzt hier oben? Na, komm. Okay. 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 Nein! Nein! Ach, Mann. Ich dachte, ich mach den Powerplay, aber ich hab's komplett verkackt. Oh mein Gott. Ich hab's schon wieder komplett verkackt. Oh mein Gott. Ja! Oh! Oh, fucking Double Bogey, ey. Oh, meine Idee war eigentlich so gut. Ich hab's halt voll verschissen. Neun Schläge. Okay, dann ist echt noch alles drin, Alter. Eieieiei. Das war so kacke. Nice ma-... Oh. 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 Ja, erstmal yeeten, ne? The fuck? ich hab das ich hab das portal verfehlt oh mein gott nein nein ich hab die höhere verfehlt ich sehe gerade ich hab das portal verfehlt da ist noch warte mal warte mal aber ich habe vielleicht planen wenn du da ganz langsam reingeht ist und dann ausgespuckt wirst kommst du unten in die röhre was landes das habe ich nicht gesehen not bad power player da was da los was du gemacht thomas weiß ich nicht mehr ich krieg sie schon richtig smarter boy ja oder das war richtig smart das habe ich nicht gesehen von meiner perspektive aus oh wow er ist fast in die wand gebounced das ist ja kacke oh gott er leckt bei mir so hart ja bei mir ich dachte schon hey warum steht er denn jetzt die röhre ist nicht mal oben nicht mal unten acht schläger da sechs habe ich jetzt zeigt sich wer der clevere von uns beiden ist durch mini golf ja das war ja auch das sieht clever aus war ok und jetzt ok das ist eine rampe ist nein ich bin so ich stehe hier so kacke ok 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 cool wir haben es passt ok wohin alte erstmal lieben der komm mark back nein ich bin schon wieder unten man heute muss jetzt geschafft ich bin doch der beste ich bin behindert leute ich hab's richtig verkackt jetzt nein ok oh mein gott einmal im kreis hey was geht danke 6 schläge da drei über 8 ich war gerade so gut ich habe 8 ich habe das ich habe das ding gleich beim ersten mal getroffen war dann so mann du hast zwei führung ok ich habe keine ahnung aber ich mache ungefähr das jetzt erstmal zum teufel ist ich habe absolut gar keinen plan wo hier irgendwas ist ich bin so zugelandet fuck da ist es ok du schon drin ja bitte roll runter da wo die ganzen portale sind patzer da muss sehen dahinter ist das ja da ist so ja mit neuen schlägen ich habe ein mehr weniger das kann ich nicht mehr aufholen das ist so spannend gerade oh lol ok was hat patzer denn da gemacht das will ich auch machen aber ich weiß was er gemacht hat ich bin nicht im portal gelandet nein also was behindert ist das habe ich auch versucht das hat bei patzer geklappt wenn du mit behindert meinst ins portal zu gehen an der verkackig seite nein nein was hat oh lol oh lol oh lol ich bin nicht die rampo bist du ins loch gefallen baby wow ok komm thomas mach was was war das denn bei der luft rum 3 ok letztes loch muss verkacken ok das sieht nach so einer map aus die man verkacken kann was hat ok fuck 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 What the fuck, was denn jetzt? Okay Oh hi Mark Oh hi Mark Okay, okay, okay Ich weiß nicht, was ich tun muss Nein Okay Nice Hauptsache raus da, Alter Scheißegal, ich hab's eben schon verkackt Popeye Hilf mir Fuck Well Damn, Daniel Wow, hätte ich nicht getroffen Oh Oh was? Das was? Bei mir bist du da so komisch rein teleportiert Ja, bei mir auch Okay, bei dir sah es normal aus Oh no Ich hab gewonnen Ich bin der Beste Gewonnen Oh Okay, 1-1-0 Richtig ruhig, richtig ruhig gewesen beim letzten Block, Alter Yeah Oh Hey Hey